Also weißt du, ich habe ja gehört, in Frankreich, da kochen sie so viel, dass man den ganzen Abend essen kann. Ja, die sind dafür berühmt, dass es da mehrere Gänge gibt, ne? Naja, also mehrere Speisen hintereinander. Ach so, ja, ja. Da gibt es erstmal so ein Süppchen und dann gibt es so ein kleines Orsdowre und dann gibt es so ein Salatchen und dann ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch. Ja, sowas, ne? Ja, da stehst du ja drauf, ne? Oh, ja, ja. Und hinterher gibt es noch Käse und so Stinkekäse auch. Und dann gibt es Eis und Früchte und all sowas. Und zwischendurch gibt es dann echten, tollen, roten Traubensaft. Und sowas würde dir gefallen, ja? Ja, ja, ja. Da würde ich gerne mal hin. Da eine Weile rumhängen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ah, ja. Ja.